Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des StarCraft II zurück in die Masterleague. Heute gegen Easy, GM, No Micro. Heißt, er hat vermutlich gutes Micro. Anders kommt er sicherlich nicht da rein. Das ist ja die Map. Eigentlich kann er nicht kennenrushen, weil zum Kennenrushen braucht man Micro. Und gutes Decision Making, aber tatsächlich sehr wichtig, sehr schnell an den richtigen Orten die Kennen zu setzen. Gut, richtige Orte wären natürlich jetzt nichts für Micro, aber der Rest schon. Aber wir haben hier Off Gate, wie es aussieht. Macht ihr hier, nicht da reinfahren? Oder ist das Nexus First? Bisschen hart irritiert gerade. Ach, shit. Könnte GG sein. Das ist doch ne Gold hier. Ist denn dann was? Was ist denn das? Ich finde sie eingeproxiert ja nicht. Ich bin hier. 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 Und das ist alles. Was ist dein Beginn? Hast du ein Minze? Ich bin hier? Oh. Hier kommt man durch. Oh shit. Das hat er leider auch gesehen Mein Gott, tönet dieses Scheiß wie doch Wo kommt denn der her? Wo ist denn dein Scheiß-Proxy? Wo? Da Nein, tötet es! Sie haben den Einen nicht getötet. Warum habt ihr den Einen nicht getötet? Bitte sagt mir, warum ihr diesen Scheiß Einen nicht getötet habt Ich weiß nicht, wie ich mir das leisten kann, was ich gerade versuche Aber wir machen es trotzdem Die Witze ist halt, dass ich seinen Proxy nicht gefunden habe, ne? Oh, er hat den Scheiß da, ja Wie schlecht für mich Oh, er hat sich gericult Könnt ihr die vielleicht mal töten? Aber eigentlich ist es meine Chance, hier drauf zu gehen Mein Gott Er hat aber echt viele Worker gekillt Ganz wie ihr wünscht Aber wahrscheinlich hat er inzwischen einen Voidraver nur ab Und das wird mir Probleme machen Ich bin übrigens Supply blockt Ich binッ Ich bin das chemische Philippe Dann Ich bin ein Stimme Und das ist möglich Die Schatten Und das ist möglich Und das ist möglich Und das ist möglich Und das ist möglich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss einfach nur einen Voidrail bauen. Er hat halt jetzt genauso viel Mining wie ich. Ja, komm. Ich bin hier. Mann, ich hab alles gescoutet. Alles! Nur diesen Scheiß da nicht. Mann, ist das ärgerlich. Und wenn ich dann noch die beiden Adepten nicht hätte durchkommen lassen, die ich ja eigentlich versucht habe, mit dem Peileum zu blocken. Oh, es ist so ärgerlich, wie das hier alles läuft. Aber gut, es ist natürlich alles meine Schuld. Von daher, ähm, ja, reg ich mich über mich selber auf. Kennt ihr ja von mir. Denn dieses Spiel war sicherlich an vielen Stellen eigentlich gewonnen. Aber ich habe es nicht verwandelt. Das ist der gleiche Scheiß, oder was? Hä? 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 Warum hat er hier ein Peiling gebaut? Wo fährt er denn dahin? Ich habe leider mein zweites Gas viel zu spät genommen. Ich will eigentlich ein Stargate voller Abspielen. Wobei das natürlich ein bisschen greedy ist, gebe ich zu. Ich will jetzt gerne ein Stargate bauen. Kann ich aber nicht, so wie ich gescoutet werde. Also ich will eigentlich noch kein Gas dafür. Doppelter Grund. Aha! Hä? Äh... Warum bleibst du denn stehen? Wo proxiert er denn jetzt? Wir haben doch irgendwas gesehen, dass da was geproxiert wird. Wo werden wir gebraucht? Oh, ein Salad. Das ist jetzt eher schlecht. Oder war das der Salad? Hat jetzt doch kein Stargate gebaut, irgendwie. Vielleicht nicht ganz so gut ist. Oh, Immortal. Ohne Warpgate? Fuck. Ah ne, Warp,chuss. Kom update aufscheinend. Ah ne warp,itions Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die... Ich weiß gar nicht, ob ich ein Oracle, äh, auf dem Oracle bauen, das Richtige ist. Wir sollten mal Detection irgendwie anschaffen, weil irgendwie ist das ganz merkwürdig, was unser Gekeller hat. Ich vermute fast noch irgendwo, dass er... Ich hab nirgendwo einen Nexus gewandert. Was haben wir denn hier alles? Ich vermute jetzt mal nach... Oh, nid. Ich glaub, da pushen wir gleich mal direkt. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war übrigens knapp Irgendwie sollten wir vielleicht noch mal ein paar mehr Worker, äh, nicht Worker, äh, Pfingstis bauen Spüren 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 Nein, ich bin hier in die Schatten. Wir werden die Rache üben. War es unsere Feinde um? Nee, 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 nee. Also mal abgesehen davon, dass er natürlich schon lange tot sein sollte, was er nicht ist, was schon wieder eine heidenlose Frechheit ist. Wieder mal nur daran liegt, dass ich zu wenig Gateways brauche. Gateways ist auch schön. Was machst du hier? Warum ist mein scheiß Ding nicht mal auf dem Hotkey? Teleportation erfolgreich. Ja gut, er hat einfach A-Klick über die Map gemacht. Na ja gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das für heute klicken. Und jetzt ausrufen wir und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. 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 ... ... Untertitelung des ZDF, 2020